Hallo und herzlich Willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und ich habe für euch heute ein Rezept aus der Kategorie italienische Küche leicht gemacht, denn es gibt Risotto. Ja Risotto ist ja doch eher sowas, was echt kompliziert ist, wenn man das so zu Hause normal am Herd macht, man muss da ständig rühren. Diese ganze Arbeit übernimmt unser Wunderkessel. Das Rezept, das ich euch heute vorstellen möchte ist ein Tomatenmozzarella Risotto aus unserem Forum von unserem Mitglied Gabi. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an dich. Ich bin gespannt wie das schmeckt und wie es funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen mit 40 Gramm Parmesan. Den könnt ihr natürlich schon gerieben kaufen, aber da wir jetzt auch gleich einen Bund Petersilie auch zerkleinern müssen, habe ich jetzt hier schon mal normalen Parmesan geholt und mache den jetzt für euch klein. Und zwar 10 Sekunden auf Stufe 10, dass er richtig schön klein ist. Habt ihr was gemerkt? Der Anfängerfehler, der passiert auch mir noch nach ganz vielen Jahren. Ich habe vergessen den Deckel drauf zu machen. Na aber gut, dann schnell die Hand drauf, ist ja auch nichts heißes. Das Petersilienbund oder der Petersilienbund, also die Petersilie kommt jetzt hier rein und das ganze noch mal ein paar Sekunden auf Turbo. Ja, da haben wir ja hier auch nur die Auswahl zwischen 1, 2 oder 0,5 Sekunden. Ich mache mal 2 Sekunden und wir haben einen perfekten Petersilie Parmesan Mix. Und das füllen wir um. Den Kessel brauchen wir nicht auszuwaschen. Wir müssen das nur alles hier rausnehmen, das brauchen wir später für unser Mozzarella Tomaten, Tomaten Mozzarella Risotto. So, da ist noch ein bisschen und stellen das erstmal zur Seite. Eine Zwiebel habe ich für euch schon halbiert und eine zähe Knoblauch geschält. Die üblichen 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern und das ganze dann 3 Minuten auf Stufe 1 andünsten mit etwa einem Esslöffel Olivenöl. Vorher machen wir das ganze natürlich nach unten. Ja, da habt ihr jetzt auch den Rest von der Petersilie jetzt noch mit drin. Das ist aber wie gesagt nicht schlimm, das kommt nachher eh alles zusammen. So, etwa einen Esslöffel. Dann machen wir mal anderthalb. Hey, da drehen mir echt immer die Augen manchmal. Das kommt echt aber auch immer auf die Zwiebel an. So, 3 Minuten Stufe 1. 100 Grad bzw. ich mache das immer im Varoma. Und los geht's. So, als nächstes kommen 2 Strauchtomaten hinzu. Die habe ich schon mal halbiert. Die kommen hier rein. Dann ein halber Teelöffel getrocknete Chilipulver. So, das reicht. Und 2 Esslöffel Tomatenmark. Das mal jetzt nach Augenmaß. 1, 2, so. So, das ganze 4 Sekunden auf Stufe 4. So, jetzt kommen 250 Gramm Risotto Reis dazu. Ich muss mal gerade hier die Tomaten noch so ein bisschen nach unten drücken. Da hat sich etwas oben festgesetzt. So und das ganze wenn wir jetzt auf 100 Grad Stufe 1 Linkslauf 3 Minuten erhitzen. Das mache ich jetzt hier aus dem Deckel auch mal raus. So, also nochmal. 3 Minuten 100 Grad Linkslauf Stufe 1. So, das ganze löschen wir jetzt ab mit 150 Milliliter trockenem Weißwein und zwar 5 Sekunden Stufe 3 ebenfalls Linkslauf. Dass das schön untergehoben wird. Aber der Linkslauf ist halt wichtig in diesem Falle. Jetzt kommen 600 Milliliter heiße Gemüsebrühe hinzu. Die habe ich jetzt hier auf dem Herd schon aufgekocht. So und wichtig ist jetzt 22 Minuten das ganze. 100 Grad Linkslauf Stufe 1 ohne den Messbecher. Ja, damit es nicht spritzt habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr legt den Einlegeboden oben drauf. Der ist aber jetzt gerade, ah ne da ist er. Also ihr könnt den Einlegeboden so oben drauf stellen oder ihr legt ein Silbertuch oben drauf. Das geht beides. Ja, damit es nicht spritzt, weil das fängt irgendwann ja an zu kochen. So in 20 Minuten, in 21 Minuten 39 Sekunden melde ich mich wieder. Die Uhr ist durchgelaufen. 22 Minuten und ich hoffe auch, dass unser Risotto durch ist. Aber bevor ich das jetzt abschmecke, wir haben ja schon Tomaten drin. Und da es ein Tomaten-Mozzarella-Risotto ist, kommt jetzt natürlich noch Mozzarella rein. Das hier ist eine Mozzarella-Kugel, also so eine große, normale Standardgröße. Ich weiß nicht wie viel Gramm ist das, 150 Gramm oder so oder 100 Gramm weiß ich jetzt nicht. Aber die zerpflücken wir ein bisschen und machen das hier in unser Risotto hinein. Außerdem unseren Petersilie-Parmesan-Mix. Dann 20 Gramm Butter, kommt ebenfalls noch hinein. Und 2 Teelöffel Erbe de Provence. Also provenzalische Kräuter. Die kommen ebenfalls noch rein. Zack. Das Ganze wird jetzt mit dem Spatel untergehoben. Das heißt sanft verrührt und dann, warten wir mal bis die Butter geschmolzen ist. Oh ja der Parmesan der zieht auch schön schön. Und das riecht echt klasse. Super. Ich bin sehr sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt wie das schmeckt. In unserem Forum wurde dieses Rezept sehr gelobt. Aber da wir ja wirklich so viele tausend Rezepte haben im Wunder Kessel und wir natürlich immer auf der Suche nach guten Rezepten sind, ist es für euch vielleicht auch nicht schlecht dann das ein oder andere Rezept einfach von uns auch mal hier präsentiert zu bekommen. Beziehungsweise von mir hier vorgekocht zu bekommen. Ich wäre froh, dass ich die ganzen Sachen nicht immer alle durchgehen muss. Dass wir da eine beflissene Redaktion haben, die das alles für euch raussucht. So, sag mal hier Parmesan, Mozzarella, Parmesan, Käse, whatever. Cool. Wow. Ich mache mir da jetzt echt nicht zu viel drauf, weil ich glaube da wird man richtig satt von. Mein lieber Mann. Es sieht echt gut aus. Es riecht fantastisch. Ich zeige euch das mal. Da siehst du richtig schön die Mozzarella Stückchen drin. Jetzt brauche ich noch eine Gabel und dann schauen wir mal wie das schmeckt. Weil ich bin ein absoluter Risotto Fan. So ein Steinpilzrisotto oder sowas mag ich total gerne. Aber Tomatenmozzarella Risotto habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen. Echt aufpassen, das ist heiß hier mit dem Käse. Jetzt hast du das alles im Bad hängen. Da musst du wirklich aufpassen. Der Risotto Reis ist genauso wie er sein soll. Schön durch. Der Geschmack ist wirklich klasse. Also mit der Petersilie, den Kräutern der Provence, das schmeckt man raus. Die Tomaten, die Mozzarella. Ich liebe das. Das ist eine geniale Kombi. Absolut super, super Rezept aus unserem Forum. Kann ich jedem nur empfehlen das nachzukochen. Leute das ist wirklich bombastisch. Aber so ein Kessel, der reicht dann doch schon mal für 4 Personen. Bin ich überzeugt von. Also wenn ihr jetzt keine 14 jährigen Söhne zu Hause habt, die euch die Haare vom Kopf fressen. Aber die kriegt man damit auch satt. Ich werde da auf jeden Fall satt von. Ich esse das jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist und ich glaube die Hanna kriegt auch was ab. Die guckt gerade so hungrig hinter der Kamera. Deswegen machen wir jetzt gleich aus. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr selbst auch tolle Risotto Rezepte habt. Weil das ist ja wirklich Risotto im Thermomix zu machen. Das habe ich schon öfters zu Hause gemacht. Wie gesagt Steinpilzrisotto liebe ich auch. Das ist super easy, weil man halt nicht ständig da stehen muss und rühren muss. Das übernimmt der Kessel. Alles für einen selbst. Und wenn ihr ein Lieblingsrisotto Rezept habt, dann schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Ich bin sehr sehr gespannt und vielleicht kochen wir in einer der nächsten Folgen mal euer Lieblingsrisotto nach. Bis dahin sage ich Tschüss, guten Appetit. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ach ja hier abonnieren klicken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017